Also ich glaube, dieses Umdenken muss an ganz vielen Stellen passieren. Das Umdenken muss bei dem Individuum selbst, also bei jedem selber passieren. Ich habe jetzt seit Mai ein E-Fahrrad, mein Radius ist völlig neu, völlig anders. Ich lasse mir meine Biokiste jetzt liefern, gehe viel weniger in den Supermarkt einkaufen. Das Einzige, was ich noch mache, ist Getränke holen mit dem Auto. Den Rest kann ich mit dem Fahrrad erledigen. Und ich glaube, dass die Qualität, die man dadurch gewinnt und die Kosten, die man an anderen Stellen auch einspart, die darf man nicht vergessen und muss sie dagegen halten auch.